So meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video, herzlichen Dank fürs Einschalten und Willkommen und wer neu ist, gerne ein Abo dalassen, wir legen direkt los mit den News. Es hat sich heute Morgen ein schwerer Unfall in Berlin ergeben mit einem Mercedes SUV, glaube ich, kann man ihn wirklich bezeichnen, das ist ein relativ größeres Fahrzeug und da bin ich mal gespannt, wann die ersten Forderungen kommen, wie das Ende letzten Jahres der Fall war. Aber SUVs, how dare you, alle böse, die müssen von den Straßen und ich will diesen Unfall hier in keiner Weise kleinreden, da sind mehrere Menschen soweit verletzt worden, teilweise schwer, fünf Personen, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall, infolgedessen fünf Personen zum Teil schwer verletzt wurden, per Hubschraubereinsatz wurden sie dann abgeholt und in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Jetzt ist das Ganze passiert in Berlin am Hardenbergplatz, das ist neben dem Bikini Berlin und in der Nähe vom Bahnhof Zoo, also um das mal so einzuordnen und ich habe mir das Ganze auch auf Google Maps soweit nochmal angeguckt, wo die Unfallstelle ist, wie das aussieht, da stehen auch ein paar Postbriefkästen, wo man die Briefe einwerfen kann und einer davon ist richtig komplett ungenietet. Also der Fahrer muss wirklich sehr, sehr schnell gewesen sein und das finde ich an dieser Situation oder an dieser Lokalität relativ krass, weil da irgendwie unfallmäßig so zu fahren, wüsste ich gar nicht, wie das genau passieren kann. Ja, was man jetzt noch rausbekommen hat, bislang, ob die Daten wirklich so komplett richtig sind, wird sich dann auch erweisen, nach Polizeieingaben heißt es soweit nämlich, ein Mercedes-Fahrer, 24 Jahre, hat einen Wohnsitz in Deutschland, sein Wagen hat ein Kennzeichen aus Estland, ob der Fahrer im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Da bin ich auf die weiteren Ermittlungen mal gespannt, was da rauskommen wird. Schreibt eure Meinung dazu gerne mal unten rein. Ja, wie am Anfang schon gesagt, ich hoffe, dass das nicht darauf hinauslaufen wird, dass jetzt hier wieder kommt, SUVs sind böse, sind schlimm und alles. Solche Unfälle können definitiv auch mit kleineren Fahrzeugen passieren. Natürlich haben die eine andere Aufprallwucht, einfach durch das erhöhte Gewicht, aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Tesla nimmt, der hat auch ein sehr, sehr hohes Gewicht durch die Batterien, die da drin verbaut sind. Und dementsprechend, da schreit ja auch keiner, how dare you, böses E-Auto und so weiter, wenn damit ein Unfall passiert. Deswegen finde ich das immer ganz, ganz schwachsinnig, wenn so eine Stereotype passiert, dass man sagt, dieses Fahrzeugklasse ist jetzt hier immer schuld und ganz böse und die soll es nicht mehr geben. So wie wir das nämlich Ende letzten Jahres ja hatten und dieser Unfall war auch in Berlin, wenn ich mich richtig erinnere, aber schreibt es mal in die Kommentare. Ganz konkret die Firma Lego und ich als kleiner Junge vor 30 Jahren habe schon mit Lego gerne und immer wieder gespielt. Lego, Lego Technik damals auch sehr, sehr gerne und Lego ist auch heute noch immer noch sehr, sehr beliebt. Und wie ich weiß, da gibt es so tolle Sachen, da gibt es zum Beispiel aus der Serie, in Anführungszeichen, also mittlerweile gibt es ja neun Teile, glaube ich sogar davon, von Star Wars. Den Todesstern, wie er wirklich heißt, diese große Kugel, dann gibt es zum Beispiel einen Sternenkreuzer und was weiß ich, wie diese Dinge alle heißen. So tief bin ich in dem Thema nicht drin, aber gibt es wirklich zahlreiche, richtig tolle Sachen, wo man auch ein bisschen Grips anstrecken muss, um das richtig zusammenzubauen. Mit was weiß ich, wie viel tausend Teilen, allem drum und dran, auch nicht günstig. So, und jetzt ist Lego hingegangen und hat ein neues Produkt auf den Markt gebracht, beziehungsweise auch angekündigt hier. Und da geht es ganz genau um, ja so eine Art Flugzeug, Hubschrauber, der halt irgendwie so fliegen kann, aber den die Rotoren so nach oben stellt und dann kann der auch quasi senkrecht starten, alles so in diese Richtung. Und jetzt heißt es hier, von der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen, soweit, die haben eine Demonstration gemacht vor einem Legoladen in Hamburg zum Beispiel und haben dort demonstriert und sich dagegen ausgesprochen, dass doch dieses Kriegsgerät so ungefähr von einem Rüstungshersteller überhaupt von Lego vertrieben werden sollte. Denn mit dieser Kooperation, die ihr Lego macht, weil die müssen natürlich Lizenzen einkaufen, damit sie so ein spezielles Konstrukt bauen, wenn jetzt zum Beispiel, gibt es auch von Lego ein Porsche GT3, da müssen die an Porsche natürlich eine Lizenz bezahlen, dass der genau diese Silhouette hat, dass der sehr, sehr ähnlich sieht, dass auch Porsche draufstehen darf. Und das gleiche haben sie wohl auch hier für dieses Flugobjekt gemacht und indirekt würde man damit quasi auch Rüstungshersteller wie Boeing und Bell, die dazugehören, soweit unterstützen. Und deswegen sollte Lego das doch tunlichst lassen und nicht machen. Und ich für meinen Teil, also ich finde das einfach nur komisch, dass man so eine Assoziation da jetzt findet zwischen einem Kinderspielzeug. Jeder Junge, jeder kleine Junge spielt mal irgendwie mit einem Panzer, mit einem Auto, wo jetzt irgendwie vielleicht eine Wasserpistole oben drauf ist oder ähnliches oder auch eine Pistole drin ist oder auch irgendwelche anderen Sachen. Das hat meiner Meinung nach keinen Fadenbeigeschmack oder ähnliches. Das gehört einfach zum Leben dazu. Und genau so, stellt euch das jetzt mal anders vor. Ich hatte gerade am Anfang bewusst das Beispiel von Star Wars genommen. Wäre Star Wars jetzt keine virtuelle oder erfundene Welt, wäre das jetzt auch böse und how dare you und sollte man jetzt mit Star Wars auch nicht machen, dass Lego diese Figuren und diese ganze Star Wars Mythologie da rausbringt und diese Figuren und Fahrzeuge, die es da gibt. Und genau so, wo fängt diese Grenze jetzt an oder wo beginnt dies? Wann darf Lego was machen, wann nicht? Wenn man jetzt sagen würde, ja das ist jetzt nicht dieses Produkt XY hier, das heißt ganz genau Bell Boeing V22 O-Spray. Nee, das ist jetzt das Haumich-Blau-Hans-Wurst-XY-Produkt aus der Fantasiewelt, was weiß ich, Nann oder sonst was. Irgend so ein Fantasieding. Und dann wäre das dann in Ordnung. Wisst ihr, das finde ich immer so unangenehm. Und genau so, dann, ne, ich habe gerade gesagt, wann fängt das Ganze an, wo hört das Ganze auf? Nehmen wir doch den Automobilhersteller in Deutschland. So zum Beispiel Daimler. Daimler stellt den Unimog her, werden einige von euch kennen. Ist auch ein Fahrzeug, das für zahlreiche Armeen auf der Welt gebaut wird. Soll jetzt auch nicht mehr mit Daimler zusammengearbeitet werden und mit anderen Firmen und so weiter und so fort. Also, ich weiß nicht, wo dieses Gutmenschentum uns noch hinführen soll. Schreibt mal eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Herr Freunde, jetzt kommen wir zum nächsten Thema, beziehungsweise zum nächsten Personal hier. Das ist Jens Spahn, unser Gesundheitsminister hier an der Stelle. Und dass er sich ja in der C-Krise ja aktuell in den letzten Monaten wirklich massiv falsch verhalten hat, das habe ich schon häufiger meine Meinung daran kundgetan. Denn er hat ja in der Anfangszeit im Februar, März das Ganze noch sehr, sehr stark runtergespielt und ist gar nicht so auf die Bedenken von vielen Experten in der Anfangszeit eingegangen. Und deswegen weiß ich nicht, ob er in seiner Position wirklich richtig ist. Er ist gelernter Bankkaufmann, bezweifle ich das. Hat er viele Semester dann auch soweit sein Studium gemacht. Und so heißt es nämlich jetzt, jetzt kommt bezüglich der App-Thematik langsam Kritik auf. Nach dem App-Fopar wächst die Kritik an Spahn. Die C-Warn-App schien ein voller Erfolg zu sein. Ja, das bezweifle ich mal hier an dieser Stelle, weil sie definitiv viel zu spät gekommen ist. Das ist ein Punkt davon. Bis sich herausstellte, dass das Programm bei Android-Nutzern teils wochenlang nicht funktionierte. Zusatz dazu, bei iPhone-Usern hat es auch nicht funktioniert. Das wissen wir auch seit gestern aus meinem Video. Jetzt fordern die Fraktionen Aufklärung und kritisieren vor allem den Gesundheitsminister. Und das ist sinnvoll und das ist gut, dass die Fraktionen hier, wie zum Beispiel die FDP, Katja Suding im Speziellen, der fehlende Mut, offen mit Fehlern in der App umzugehen, ist brandgefährlich, sagt. Und da stimme ich genauso zu. Denn es kann ja wohl nicht sein, dass Nerspan hier verantwortlich für diese Entwicklung, auch dieser App war. Zumindest mit SAP und der Telekom hier richtig zu kommunizieren und zu arbeiten. Und dass er das zu verantworten hat, das Ganze nicht hinbekommt. Aber wir sehen einfach wirklich so einen roten Faden in den Karrieren von vielen dieser Politiker, die in der freien Wirtschaft meiner Meinung nach definitiv keinen adäquaten Job in solch einer dotierten Bezahlung erhalten würden. Denn gucken wir uns auch hier, gehen wir zum Verkehrsminister, Andi Scheuer an. Was hat der alles verbockt in der ganzen Zeit? Eine STVO-Novelle, die rechtlich keinen Bestand hat, wurde zurückgenommen. Dann davor Pkw-Maut, die uns noch zig Millionen Euro kosten wird. Auch er zu verantworten. Aber das ist ja ganz interessant. Durch Unfähigkeit wird man offenbar auch in der eigenen Partei immer wieder gefördert, habe ich mittlerweile das Gefühl. Denn das war jetzt die Nachricht hier über Jens Spahn. Jetzt kommt aber hier die nächste Nachricht über Jens Spahn raus. 66 Prozent der Unionsanhänger wollen Söder und Spahn an der Spitze sehen. Und hier geht es speziell darum, dass man doch gucken könnte, ob man eine gemeinsame Verbindung zwischen den beiden macht. Also sprich hier für die Kanzlerschaft von Söder und genauso, dass den Parteivorsitz der Spahn so weit macht. Auf welcher Basis? Auf der Basis dessen, was er jetzt so die letzten Monate hier verbockt hat? Also für meinen Geschmack trifft das einfach perfekt die Darstellung dessen, wie schlecht sich Politik aktuell verhält und wie schlecht sich, wie uneingeständig Politiker sich oftmals in Deutschland verhalten. So zum Beispiel Jens Spahn. Leute, ich will mich nicht hier als bester Experte oder sonst was hinstellen. Gar keine Frage. Das ist nicht meine Intention. Habe ich gar keinen Bock drauf. Habe ich auch keine Berechtigung für. Ich mache genug Fehler. Aber ich habe die Eier und habe den Anstand anerzogen bekommen, hinzustellen und zu sagen, das kann ich nicht von vorweg, wenn ich das weiß oder im Nachhinein. Ja, Moment mal. Da haben wir gut diskutiert. Da ist dies und jenes jetzt aufgekommen. Das war nicht in Ordnung, wie ich mich verhalten habe. Das und jenes habe ich falsch ausgedrückt, falsch gesagt oder sonst was. Hier besteht ein Verbesserungspotenzial. Aber so etwas bekommt man generell noch nicht mal von Spahn nur ausschließlich, sondern von allen Politikern gar nicht mehr mit. Weil bei solchen Skandalen, die die Politiker aktuell in unseren Tagen hier haben, vor 10, 20 Jahren, die werden von sich aus freiwillig gerne zurückgetreten, aus Überzeugung, dass das Amt auch nicht geschädigt wird. Aber das scheint denen mittlerweile, so empfinde ich das wirklich egal zu sein, Hauptsache schön für die eigene Kasse weitermachen. Schreibt eure Meinung gerne zu den Themen unten rein. Haut rein. Bis zum nächsten. Es bleibt bald schon spannend und ciao.